Ich hab noch ne geile Maske, seid ihr bereit? Und er schießt Leute vor Fenstern von daher. Seid ihr bereit? Oh mein Gott, die will ich haben. Weißt du, wie die Maske heißt, Pascal? Na? Kawaii! Ganz schwierig. Oh Gott. Guck mal, wie lange der hier noch braucht. 50 Sekunden noch, dann ist der im Autoladen. Fertig. Die Weinflaschen zu zerschießen ist wie auf dem Jahrmarkt. Wir haben schon Swat-Einheiten jetzt. Warst du schon im Fitnesscenter? Ja, go. Da oben bist du. Wollt euch die Gemälde. Wissen wir welche wir brauchen? Das... Ich mach grad den Boot ab. Ähm... Hilft mir einer? Ich hab mich grad tötet, ich werde jetzt durchs Runterfallen. Hm? Ich weiß nicht, wie ich das Milli-Paket cross. Wie viele sind wir? Sind da nur die beiden? Dann können wir die im Nahkampf ausschalten, oder nicht? Oh, da ist auch noch einer. Ich hab ihn mal getötet, sorry. Warum hast du ihn getötet? Ja. Statt ihn einfach auszunocken. Ich hab ihn ausgenockt, aber er will... Soll ich ihn denn ausknocken mit nem Messer? Ja gut, sehe ich ein. Los, letzte Tasche. Wir könnten's schaffen. Wir haben ja nachnehmen mal die Cops alarmiert. Weil wir so krass sind. Weil wir die einfach daumengeschmetzelt haben. Ich hab den umgehauen und nen fucking Kabel bin auf seine Hände gegangen. So cool, mach mal was! Na gut, ich hab den Messer in den Hals geräumt. Weiche Wirkung, ne? Die haben die einfach getötet. Was soll ich denn machen gegen mich? Ne, ich mein, die sind alle tot. Davon ist nicht noch einer, der überlebt hat. Aber ich einsacke ihn jetzt, guck hier. Sie sind auch viel schübsch aus. Ich einsacke ihn jetzt. Hier guckst du den Arm. Komm, lebt der noch noch? Wir nehmen ihn mit. Okay, schweiß den rein. Oh wow, richtig gut reingemacht. Warte, die anderen auch noch. Haben den nacheinander eingesackt hier? Wer ist der denn? Stell dir vor, wir kriegen jetzt Geld dafür. Wirklich? Lass ihn da liegen, Mann. Hat der Typen denn noch lebt aufges- Mann. Das ist für die richtigen Loops. Oh, ihr schafft das nicht. Der kommt. Machen wir das mal weiter für uns. Ist der andere Tote? Wo hast du den gemorst? Komm einfach hier rein jetzt. Wiese. Oh ja, der liegt ja Heimhafter halt nicht hier. Komm einfach her. Kannst die Leichen später nehmen. Hallo, könnt ihr mal den hier mitnehmen? Kai. Nein, du kommst einfach jetzt hierher. Komm mit me. Ich hab zwei dabei gerade. Einen auf dem Rücken. Was, Kai? Komm ich mal an. Wie hast du den? Nee, ich will's gar nicht wissen. Der kann da eh nicht rein, Mann. Jetzt komm hier rein. Jetzt komm rein, Lasse. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Das ist mein Plan. Mach bereit. Alles klar. Wer geht auch rein. Wer ist Ernst? Wer ist denn? Jetzt mach' einfach ready. Hier ist ne Wache. Hier ist ne Geige. Was genau brauchen wir nochmal? Ich bin oben. Ich bin am Landeplatz. Landeplatz. Okay, wir sind auf dem Weg. Magia, wir schaffen's. Wir schaffen's. Jetzt drei Sniper, bam. Okay, ich bin oben. Easy. Stealth-Potos erhalten. Ja, war mega stealthy. Verteidigt euch und kocht, Math. Das ist vielleicht die beste Beschreibung für eine Aufgabe, die es jemals gab in dem Videospiel. So, ich glaub, wir gehen hier am besten rein. Ich dachte mal, jetzt was Tolles ist das. Oh, 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 oh. Das ist groß. Also. Das ist Gelände. So nennt man das heute. Okay, jetzt du das. Ich hab noch leider ganz leise, wie du hören kannst. He, he, he. Hier ist der Geiger. Kevin? Ich kann ihn nicht einpacken. Ich hab glaub ich auch noch keinen Leichensack mehr, oder? Doch. Ich hab schon Koks auf dem Rücken. Ich mach das Koks weg, ich nimm das. Ich kann ihn nicht einpacken, ich hab noch Koks auf dem Rücken. Ich bin so stumpf. So, Alter, jetzt Koks. So, Alter, jetzt Koks. 100.000 Koks. Haha. Fast 2 Millionen. Oh shit. Guckma, guabm. RISICO zu 4. 17.000 Okay, joa, also damit kann ich leben. 400.000 Overkill, Boxhandschuhe, jetzt sind da, ich weiß nicht, ich kann als Nachkampf einfach einfach Boxhandschuhe. 414.000 Bargeld, ey. Alter, einmal den Plan angucken, wir müssen jetzt wirklich planen. Alter, lass es. So, ich habe 17. Nee, jetzt machen. Ich habe 26. So, ich gucke auf den Plan. Oh. Das war zwei Stück Funk. Was ist das? Das ist ein Vogel, Alter. Nasse. Ja. Wenn es hell, ich muss an die Tür aufknacken, muss man mal gucken. Stehen ja irgendwo Geld auf, du mal. Du knackst. Du knackst. Das war ein schafferinnen. Du schaffst. Ich schaffst. Du knackst. Oh. Du knackst. Das war ein. Und ich nehme mir zu. Du knackst. Vielen Dank.